Hallo liebe Rosi, willkommen zu einem kleinen Video über ein paar ganz spezielle Sachen über Giraffen. Wir werden uns gleich mal eine Giraffe angeln mit der Giraffe und es anschauen, was wir ja nicht ganz tierlieb machen. Ich soll für alle Tierliebhaber, das ist nur ein Game, aber ich möchte gerne aus Giraffe hier mal. Eigentlich wollte ich die Rosi ein bisschen grösser machen, aber ich habe etwas herausgefunden, was ihr gerne mal sehen könnt. Ich werde jetzt gleich mal sehen, wenn es geht. Hallo, geh mal rein. Ja, genau. Was verkehrt herum heißt Kleine. Ihr seht schon ein bisschen. Es ist ein bisschen verpackt. Schön verpackt. Sie wird immer nicht mächtiger. Ja, das wollte ich euch gerne mal zeigen. Geh mal rein. Das ist Rosi nicht. Die, äh, Nasshorn, ich glaube. So. Geh jetzt rein. Das ist leider ein bisschen schwer da. Weil, ja. Ihr seht es. Das wird nicht so erkannt. Genau. Und ja, jetzt haben wir es. Hier ist der Rosi. Tierlieb. Gerne gesehen. Da will ich mal ein Screenshot machen. Und. Machen wir ein bisschen etwas machen mit ihr. Ja, gerne. Machen. Ey, jo. Schön. Hey. Hallo, ähm. Liebe Gerakten-Dame. Was machen Sie heute mit mir so? Hm? Was können wir machen? Wir können ja zum Beispiel mal zu den Schweinchen gehen. Ein bisschen herumhüpfen. Sieht sehr entspannend aus, ja. Ah, hier oben ist noch eine Goldstatue. Ich habe neu angefangen. So. Und hatte ja in einem Livestream schon mal gemacht. Da habe ich das ganze Spiel gezeigt. Passt. Nicht alles komplett, natürlich. Jo. Jetzt hatte ich wieder ein bisschen Lust. Äh. Also jetzt erkennt man gar nichts mehr. Was ist das? Ich weiß es nicht. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dürft ihr gerne mir auch über andere Boxen so aufklären, wenn ihr es wisst. Oder was denn eigentlich Jo. Die noch herausfinden können, wenn wir ja noch ein bisschen vielleicht in einem Livestream mal spielen zusammen. Oder auch in einem Video natürlich. Wo ist Bilbo wirklich denn eigentlich? Oh, Haarschmuck. Haarschmuck ist auch cool. Hey, yo. Also das ist jetzt besonders speziell. Wenn man es gut sieht. Das ist meine Giraffe. Nicht eure. Meine Giraffe. Willst du sie? So. Oh. Grinding. Komm, wir grinden kurz. Bleibst du? Wenn wir das vielleicht. Ach komm. Mach mit. Nein, ich hab kaum. Mach mit. Äh, wir müssen sie eben aussacken. Nicht mit der Zunge. Komm, komm. Aufsacken. Sie wird fast nicht erkannt. Wir müssen mehrmals drücken. So. Nein, es geht irgendwie nicht. Sonst geht es immer. Äh, wieso geht das nicht? Ich drücke. Okay. Das geht jetzt gerade nicht so. Und. Komm schon. Leichter sei. In welchem Grund, weil sie abdreif ist. Vielleicht hier vor. Ne. Aber hier kann man ja nicht auch zeigen. Schuze. Okay. Also machen wir. Okay. Es wird halt immer zu wenig angezeigt. Komm schon. Sie will ja auch nicht gründen... Okay... Ja genau! Sehr gut, also es ist völlig verbuggt. Es ist ja bekannt, dass das Spiel verbuggt ist und deshalb auch wieder lustiger ist. Das will ja vom Entwickler sogar verbuggt bleiben müssen. So, ja sehr schön! Du machst das sehr gut! Wunderbar! Oh, Ausredensbruch! Nice! Was sagen Sie, Leute, die Bananen zu meiner Giraffe? Hallo, ich habe eine Giraffe! Wo sind die Bananen? Wo sind sie denn? Mach mal auf, ey! Aua! Boah! Boah, ist schon hell! Machen wir mal weiter... Emm, ich wollte eigentlich noch zu Bilbo zurück... Ehm... Keine Bananen hier... Muss gleich hinten los, wahrscheinlich... Macht Spaß, macht Spaß! Ja, da muss man irgendwo unten durch... Also, wir sind da Vorgästen... Ich und Leo und mein Operator sind... Äh, Bananen Sachen machen... Was Bananen halt so machen, eh doch... Ja, da bin ich ein bisschen zu groß, ne? Ich glaube nicht... Also, zu Bananen geht nicht... Machen wir lieber etwas anderes... Zeuge zu Bilbo Birklin rüber... Ich probiere irgendwo... Ja, hier vorne... Aua! Noch mehr, Papa! Ja... Darf ich nicht... Geht es nicht? Geht es nicht? Oh, eindeutig! Oh ja... Also, ich möchte nur hier... Ist du jetzt wieder da? Ja... Nein, das ist nicht da, das ist da vorne... Komm schon... Hahahaha... Eindeutig ein fieses Spiel... Da ist er ja! Cool! So... Leider muss die Giraffe jetzt mal... Ja... In den Hintergrund gestellt werden... Hab sie gerne gehabt... Sie sah sehr schön ausverpackt... Aber leider müssen wir jetzt mal kurz... Bilbo... Vergröseln... Oder verkleinern... Vergröseln... Die Giraffe ist groß... Komm, überlebst bitte... Komm... Ja... Oh Bilbo... Der große... Oh... Komm schon... Haha... Bilbo... Bilbo... Aber... Bilbo ist gemeint... Das passiert ihm schon nix... Also, keine Angst... Lieber Zuschauer... Sie haben wirklich nie etwas... Oh schau... Fast so groß wie eine Giraffe... Huuu... Ungeschön... Dann kannst du auch noch ein grosses Klo haben... Kein Problem... Erst wenn du so gross bist wie ewig... Geiler... Hier... Findest du mal gross... Hm... Noch nicht... Nein... Nicht... Nicht grün abfallen... Nein... Bilbo... Ja... Nein... Noch nicht ganz... Noch einmal... Nein... Oh... Rein mit dir... Genau... Fleischklau... Was ist denn mit dieser Grünmülltonne... Grünabfalltonne... Ja... Auch nicht mit... Absperrungen... Ähm... Und mit dir... Ja, ein Dirty Buckland. Sehr schön. Und wenn wir zusammen reingehen und kleiner werden? Kann ich auch so verpackt werden? Wenn ich kleiner werde? Scheinbar nicht. Oh. Oh, kleiner. Mit auf die Mülltonne, wo ist sie? Oh, so klein. In die Mülltonne. Ja. Das Klo, Mann. Schicke. Kann ich die einfach nicht einsammeln. Schade, dass irgendwas explodiert. Hm. Wieso geht das nicht mehr? Hm. Möchtige, nöööö. Ein Huhn größer, nöööö. Ein Huhn größer, nööö. Daddy Bear habe ich auch schon mal. Der macht. Ist echt kaputt. Ich glaube, ist in Ordnung. Das Spiel ist völlig okay. Wenn wir ohne Probleme keins sind. Ist es bugfrei. Also suchen wir doch etwas Lustigeres. Ähm. Kann Dixi Klo größer machen vielleicht? Wieso sind wir so klein? Ah. Ah, die Mari und die Anna können wir noch kurz holen. Kennt ihr die Mari und die Anna? Mari und Anna. Genau. Oh mein Gott. Ein bisschen schneller, als wenn die groß sind. Ist doch geil. So. Hier vorne gibt es nämlich ein Haus. Das können wir mal ein bisschen verschieben. Das können wir gut verschieben. Und ähm. Oh, dieses Minispiel. Ich will ja ohne Controller. Ist ja ein bisschen die Störung ein bisschen schwer. So. Römmungsbefehl. Genau. Äh. Oh. 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 So. Wenn ich etwas Grösses nehmen. Ist es gar nicht mehr so genau. Ah. Der Haken stand. Ne. Jetzt steht es. Das stand schon bar. So. Komm schon. Liebe Spiele. Du bist ja so kaputt. Ähm. Ja. Die Giraffe ist so klein. Aber so stark. So. Immer Öl und Spinat. Was war das? Es passiert so viel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es passiert so viel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Bin einfach nur geflasht. Was ich gerne zu schocken mão. Ach. Da bin ich dann. Ich gehe klein. Da bin ich jetzt drin. Da bin ich jetzt drin. Ich bin jetzt drin. Oh nein. So. Oh nein. Oh, wie gemein, so eindeutig, es fliegt, ich lasse es so fliegen, nein, es ist nicht aufhören, hier ist er auch noch richtig, du fliegen, ja, du fliegen, nochmal, kann ich auch reinfahren, das ruht sich nur mit dem Haken, okay, und das ist wie Spawn, scheinbar jetzt, ah, nicht verpackt, alles easy, das ist ein gutes Spiel, macht mehr Spass, wenn es so verpackt ist, also ein tipptoppes Spiel, richtig, richtig viel Spass, ich zeig es jetzt einfach nicht alles so extrem, aber, ähm, ich möchte gerne Pflanzen, ja, ja, ich werde es auch mitnehmen, irgendwo ist noch ein Gegenstand, erinnert mich an Scary Movie 2, glaube ich, so eine riesen Pflanze dann, war, hat er nicht einen Gegenstand, ich frage mich wo, hm, im Haus, wo ist daEsе,um... ahah, aha... ... ich bin totalconfidence, es machte einfach so viel Spaß, richtig überfordert mit seinen Emotionen., eine kleine Giraffe mit einer grossen Platze, ja, ich bin hier ja auch bekifften, Kann ich so viele Autounfälle machen? Gute! Genau, immer die Menschen mit Glanz abwerfen. Wow! Geht wieder nicht. Eine Palme! Ja, was machen wir jetzt? Was nicht fehlt? Hm, schau mal. Ich würde gerne die Glanz noch verkaufen. Wenn wir will. Ich muss mich verkaufen. Was können wir deshalb nicht? Oh yeah, Piddy! So, geht doch wieder. Vielleicht ist die Zunge zu klein. Die Zunge ist zu klein. Die Pflanze ist zu klein. Alle sind zu klein. Und die Zunge ist zu klein. Und die Zunge ist zu klein. Können wir auch mal in einer Leistung machen. Alles gut. Ist das Spiel nicht mehr richtig. Alle zusammen. So 20 Leute. Das geht wahrscheinlich nicht. Es geht wahrscheinlich um 6 Uhr. Aber... Wir sind ja Arbeiter. Wir machen viel Spaß. Machen wir die Waffen. Alle auch viel mehr Spaß haben. Also wer will ein bisschen? Wer möchte? Wer hat noch nicht geraucht? Ich glaube es wird aber nicht mehr so groß Größe. Einmal nicht. Ja. Ja. Also noch schön aufstellen. Zum Piecher bringen. Hallo. Wie warst du am Besen? Marie? Genau. Aufstellen. Aufstellen wie dich. Aufstellen. Ja. Nicht ganz. Aber... Oh. Das holen muss dafür. So mehr. Schwierig. Ja genau. Nein. Komm schon. Ich will aufstellen. Komm. Das wird's. Zusammen. Physik. Randaliert. Ja. Hm. Scham. Ja. Jetzt war's. Ich will mehr aufstellen. Nicht weniger. Ah. Ein herrlicher Anblick. Ist ja natürlich eine andere Pflanze. Ist ja eine Bahn oder so. Ein Schamgepflanze. Deshalb ist es sicher. Auch gut. So. Ja. Matratze. Komm. Komm. Nein. Guck mal vielleicht nicht. Hm. Okay. Nein. Nicht in viel. Der war weit weg. Wo ist jetzt die Matratze hin? Ja. Eindeutig da ist noch. Und dann haben wir ja mal etwas witziges gehabt. Und witzig am ersten Tag. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, die ich mit euch machen möchte. Aber. Jo. Es ist. Hm. Natürlich schwer jetzt gerade etwas. spezielles oder so rauszusuchen. Also. Manche Sachen sind einfach klein. Und manche gehen sehr lange. Und. Viele kennt ihr ja. Ich möchte eher die bringen, die er sicher mal, wenn ihr jetzt mal das Spiel nicht kennt. Äh. Also. Wenn man das Spiel kennt und nicht schon gemacht hat. Genau. Oh. Also dann lege ich mich mal. Ja. Genau. Haha. Bounce. 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 Yes. Wow. Okay. Die Raufe tot. Nächster Part mit einem anderen Tier. Komm. Wir machen das gleich mal noch kurz. Äh. Muss man die. Muss man die nicht freispielen? Oh. Nur 1 Dollar pro Stunde. Hm. Ja. Ich habe ja genug. Also. Ja. Ich habe ja das alles freigespielt. Also. da würde ich es ja verkaufen. Ja. Spielstand habe ich nicht mehr. Und du Würstchen. Ja. Schweinchen Babe. Ich breite mich ein bisschen vor für den nächsten Part. Ich muss ein paar Sachen holen. Ich weiß nicht genau wo die sind. Aber die können sich irgendwo nachschauen wo die sind. Und. Ähm. Oh die dicke Sau. Und. Oh nein. Oh. Leider ist das Schweinchen aufgestochen. Eindeutig tot. Komm. Wir nehmen mit. Geht das? Ne. Aber. Die kann sich in. Flamm wühlen. Wow. Ja. Ich will nur die Matratze kurz absacken. Aber es gehen wahrscheinlich nur Menschen und so. Es macht. Genau. Die macht so wenig. Ist das wohl auch ein bisschen kaputt? Ja. Ja. Hallo. Ist es schon Halloween? Es ist schon Halloween Gewinn. Eindeutigens. Gut. Dann. Dankeschön für's Schauen. Es wurde ja auch ein bisschen länger. Es hat. Sehr viel. Ja. Es ist sehr viel passiert. Es ist ein lustiges Spiel. Ich bitte mich. Wieder ein Video machen zu können. Oder wollen. Und. Natürlich kommt immer mehr. Wenn ihr natürlich auch. Sehr aktiv seid. Kommt immer mehr. Und. Mit der Hilfe natürlich auch. Bessere Videos. Also. Ideen. Ich brauche natürlich. Gerne. Ein paar Ideen. Also. Ich habe ein paar Ideen. Aber. Ob sie jetzt wirklich witzig sind. Für euch. Und lange. Darum genug. Muss ich eben. Zuerst sagen. Machen. Das Video. Wenn ihr Ideen habt. Sagt es. Dann. Genau. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.